Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende Ab in die Show Na gucken wir an, wie das Warten jetzt dauert Ich hoffe nicht allzu lange Ah, Party mit 36 Spielern gefunden Aha Jetzt ist es aber nur noch 35 auf einmal Ah, Data Streams Los kommt schon So, hier lagen Da lagen Na Das, was mich noch erwischt hat Was war das denn? Bin noch ziemlich weit hin Oben drüber Nicht zurück, bitte Was war das denn? Wieso fällt man da Ich glaube, das wird nichts mehr Oh ja Das wurde nichts mehr So, nächstes Spiel Nächstes Nächster Versuch Nächstes Glück Verbinden mit Server Ja Das ist die Frage, wie lange dauert es Ist ja nicht gerade Am frühen Abend Inzwischen Partie gefunden Totale Schieflage Was ist das denn? Ist das neu oder alt? Das ist mir neu So Hier lagen Was ist das denn? So Hier lagen Was war das denn? Na Komm ich noch durch, oder nicht? Ja Ich komm noch durch Huch, wir haben den Lara Croft dabei Ah, die Spieltrutsche Kann ich jetzt schnell sein Und den besten Weg rutschen Dann Ich bin ja Dann Ich bin jetzt Objekte Ich bin jetzt Ich bin jetzt Okay. Da kann man Da kann man nur neben Wie ist das denn passiert Ja das war ja wohl nichts So nächstes versuch nächstes glück Oh 40 spieler direkt Die Partymeile Ich bin direkt in der Mitte Da bin ich in eine richtig gute Röhre gefallen Hohoho Hier wurde es gut durchgeprintet Aha Und drinnen Als dritter oder vierter Bis zum nächsten Mal Oh, wie er die total schieflage Ah, ich starte mal wieder rechts Aha! Das hat's Anschwung genommen Hm, einfach außenrum Ui! Das war einfach geschafft So jetzt mal gucken Wie lange brauchen die anderen alle Ja beste 20% War ich jetzt gewesen Ralf O Das kommt jetzt Ich starte da Den muss ich ein bisschen näher schieben Aha Durchgekämpft Und ich glaube sogar als erster Oder Der ist doch ein Goldener So jetzt bist du noch 8 durch Was war das denn Ah erster Platz Wusste ich doch Dass ich der erste war Oplund heilt Okay Na komm schon Hör mir den Laden auf Okay Das ist das Schön ist hier angesagt Hm So Hier lagen Hör mir in der Mitte hochgekommen Geschafft Hat er versucht mich noch festzuhalten Worum auch immer Da sind noch zwei Among Us Männchen bei Oh Wegex Okay Jetzt ist die Frage Wie verhalten sich die anderen B Das war's für heute. 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 And the...